Bei vielen Paaren erlebe ich immer wieder, welchen massiven Einfluss Eltern auf dich als auch auf deine Liebesbeziehung haben. Mit Sätzen wie, hoffentlich vergeigst du diese Beziehung nicht wieder oder wenn ihr Kinder habt. Also, das würde ich aber anders machen. Da muss mal eine Grenze gesetzt werden. Mischen sie sich massiv ein und das ist scheiße. Das ist Sprengstoff für deine Beziehung, wie du dich aus dieser Falle befreien kannst. Darum geht's heute. Weißt du, ich verstehe das komplett. Oft sind wir in so einem Zwiespalt. Wir wollen uns ja gut mit unseren Eltern verstehen. Wir lieben sie. Und vielleicht sind wir auch einfach wirklich dafür dankbar, weil letztendlich sind wir ja nur auf dieser Welt, weil es die beiden gibt und weil die beiden zueinander gefunden haben und weil sie Sex miteinander hatten und dich gezeugt haben. Aber heißt das auf der anderen Seite auch, wie es uns das vierte Gebot glauben machen will, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dass das wirklich über allem steht? Es gibt Literatur, wie das Buch von Alice Miller, Die Revolte des Körpers, was ich sehr hilfreich finde übrigens, was aber auch in der Kritik ist, weil sie das mit ihrem eigenen Sohn auch nicht wirklich gelebt hat, aber das ist eine andere Geschichte, wo aufgezeigt wird an Beispielen von bekannten Persönlichkeiten, was das mit denen gemacht hat, wenn sie dieses vierte Gebot über alles gestellt haben. Am Ende des Tages geht's doch, dass du dich selbst darin findest und ihr euch darin findet. Und es gibt ganz viel Literatur, auch von dem Dr. David Schneich, Braintalk, die darauf eingeht, dass unsere Eltern halt leider nicht immer in bester Absicht handeln. Doch was heißt das denn nun? Heißt das, dass deine Eltern auch heute noch dein Leben bestimmen? Du kannst dir denken, dass das nicht der Weg ist, den ich dir hier näher bringen möchte, aus der Erfahrung heraus einfach letztendlich. Auf der anderen Seite ist es mir aber auch ganz wichtig, ich möchte hier nicht jetzt gegen Eltern schießen oder einen Rant eröffnen, also nicht, dass das da rüberkommt. Nichts liegt mir ferner als das, denn es gibt ja auch genügend Eltern, wo es genau anders läuft, die nichts sehnlicher sich wünschen, als dass du glücklich bist, dass du deinen Weg findest, dass du deine Liebe auch so leben kannst, wie du sie leben willst, die dich machen lassen, die dich unterstützen, unterstützt haben auch in der Vergangenheit und die wissen, dass du letztendlich deinen ganz eigenen Weg gehen musst, um glücklich zu sein und nicht von dir erwarten, dass du das Gleiche tust, was sie gemacht haben. Leider gibt es aber eben auch die Eltern, wo es komplett das Gegenteil ist, die nicht die beste Version von dir haben wollen, sondern die eine Version von dir haben wollen, die am besten zu ihnen passt. Was meine ich damit? Aber was sollen denn die Nachbarn denken und sagen? Was soll denn Onkel Ernst dazu sagen oder Tante Erna? Das sind Dinge, wo es dann gar nicht mehr darum geht, was dir eigentlich wichtig ist, sondern wo es eher darum geht, wie ist denn der Blick auf deine Eltern? Und wird deinen Eltern vielleicht vorgeworfen, dass sie versagt haben in der Erziehung? Das ist die Angst, die dahinter steckt, was ich damit meine, wenn ich sage, sie wollen eine Version haben, die ihnen am meisten dient. Und dann ist es wichtig, wenn es das ist, dass du einen Weg für dich findest, wie du dich dort lossagen kannst von diesen Erwartungen, die da auf dir liegen, wie du deinen ganz eigenen Weg da drin findest, wie du mit deinem Partner, deiner Partnerin offen und ehrlich kommunizierst, damit ihr das beide machen könnt. Und mir geht es nicht darum, dass du den Kontakt abbrichst, dass du deine Eltern verteufelst. Das ist hier überhaupt nicht das, worum es geht. Kleiner Einschub, Kontakt abbrechen, gibt es Punkte für, vor allem, wenn es um Missbrauch geht, aber das ist jetzt nicht Thema hier in diesem Beitrag. Also von daher geht es mir jetzt nicht darum, den Kontakt abzubrechen, aber es geht darum, dass du innerlich deinen Frieden findest, wenn du dich mit deinen Eltern triffst und dass du nicht mehr emotional getriggert wirst, wenn Aussagen von ihnen kommen, sondern dich wirklich klar auch abgrenzen kannst, auch klar Grenzen setzen kannst. Das ist das Entscheidende, das gilt es zu lernen. Und dann bist du wirklich frei. Das ist für mich der Gradmesser. Kannst du das schaffen und hilft die Maßnahme, für die du dich entschieden hast, genau das zu erreichen? Lerne, Nein zu sagen. Lerne, Grenzen zu setzen. In Liebe. Sprecht als Liebespaar eine gemeinsame Sprache, denn ihr habt ein neues System gebildet miteinander und das aus euren jeweiligen Familiensystem hervorgegangen ist. Aber ihr seid jetzt die Nummer 1. Und im besten Fall könnt ihr eure Eltern vielleicht auch als Berater ansehen. Und wie es bei Beratern üblich ist, höre ich mir deren Meinung an, entscheide aber am Ende, was mache ich daraus. Und wenn ich mich so verhalte, das so auch kommuniziere und sage, okay, danke für euren Tipp, gucken wir uns mal an, aber oder was weiß ich, ist vielleicht nicht unser Weg als Antwort, dann kann das Ganze auch einfach letztendlich anders verlaufen. Ihr entscheidet, was ihr macht und das ist das Wichtige. Und wegrennen bringt einfach meistens nichts, also diesen Kontakt abzubrechen. Das habe ich selbst durchlebt. Weißt du, ich wollte lange nicht so sein wie meine Eltern, musste aber Jahre später feststellen, dass ich mich genauso wie die beiden verhältn habe. Und sie, deine Eltern, als das, was sie letztendlich sind. Menschen mit ihren Stärken, aber auch genauso mit ihren Schwächen. Und wenn in der Vergangenheit etwas schiefgelaufen ist, dass du als Kind vielleicht auch einfach nicht okay behandelt worden bist, so wie es die beiden Bücher, die ich dir hier jetzt schon genannt habe, auch beinhalten letztendlich, geht es nicht darum, dass du deinen Frieden dadurch findest, dass du ihn verzeihst und vergibst, sondern indem du die Verantwortung für das, was sie dort getan haben als erwachsene Menschen, bei ihnen lässt. Das hilft dir letztendlich auch wirklich, deinen Frieden zu finden, sodass du auch wirklich deinen eigenen Weg darin findest, der dich nicht mehr so stark emotional triggert, wie es vielleicht in der Vergangenheit war. Ich will es dir noch mal ein bisschen konkreter sagen. Ich habe in der Vergangenheit letztendlich durch das, wie ich aufgewachsen bin und dadurch, dass meine Eltern mich früh auch letztendlich damals zur Kinderverschickung für sechs Wochen geschickt haben als Fünfjährigen und später dann meine Mutter mit mir weggezogen ist von meinem Vater, ich also rausgerissen wurde und viele andere Geschichten, die ich gar nicht im Detail jetzt allein nennen will. Aber durch vieles Erleben habe ich so eine Prägung entwickelt, dass ich Angst davor hatte, verlassen zu werden, weil ich habe es immer wieder als Kind erlebt. Wozu hat das geführt? Ich habe mich angepasst in meinen Liebesbeziehungen verhalten und habe damit einen Teil von mir einfach zurückgehalten und ein Bild von mir gezeigt und gezeichnet, wer ich gar nicht wirklich bin. Und so war ich weder ehrlich zu mir selbst noch zu meiner Partnerin, weil ich mich durch diese Unsicherheit, durch diese Angst, verlassen werden zu können, habe steuern lassen. Erst als ich es geschafft habe, für das, was in meiner Kindheit geschehen ist, letztendlich die Verantwortung komplett bei meinen Eltern zu lassen und auch nichts mehr gut zu heißen, weil sie selbst eine Scheißkindheit hatten. Mein Vater war noch im Krieg als Soldat und ist in einer Kriegsgefangenschaft gewesen. Meine Mutter war ein buntdeutscher Mädel und hat auch diese ganzen Indoktrinierungen erlebt. Damit kann ich natürlich sagen, ah, okay, als heute Erwachsener kann ich das alles rechtfertigen und verstehen. Nein, sie waren am Ende doch aber die erwachsenen Menschen und tragen die Verantwortung für das, was sie getan haben. Und das ist ganz wichtig. Und das zu erkennen, und wenn ich das aufgelöst, und als ich das für mich aufgelöst habe, war ich wirklich frei. Okay, und das ist das, was du genauso schaffen kannst. Heißt das, dass dich das nie wieder einholt, dieser Quatsch, oder auch solche Sachen nicht wieder hochkommen, dass ich auch keine Verlassenangst mehr habe? Nö, natürlich nicht. Natürlich kommt das auch wieder hoch. Aber das kann ich dir am eigenen Beispiel sagen und auch aus dem, was ich mit den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, immer wieder erlebe. Du kommst schneller aus dieser Suppe raus. Willst du endlich diese Elternketten sprengen? Damit dann auch unabhängig von deinen Eltern sein, dein Leben, die beste Version von dir selbst leben, entdecken, entwickeln, weiterentwickeln und so letztendlich die beste Beziehung deines Lebens leben? Dann lass mich dir zurufen, leg los. Es ist möglich, auch für dich. Und das Leben ist echt viel zu kurz und auch du hast es verdient, das Beste daraus zu machen. Wie immer kannst du jetzt mit den ganzen Impulsen den Weg für dich alleine gehen. Vielleicht für dein inneres Kind einen Heilungsprozess anstoßen. Was aber dabei fehlt, ist meistens, dass die Liebesbeziehung mit einbezogen wird. Wenn du beides miteinander verbinden möchtest, buche dein kostenfreies Strategiegespräch.